Moin Leute und willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das Zeitrenn-Sägewerk. Das befindet sich hier auf der Karte. Dafür habt ihr 2 Minuten und 15 Sekunden Zeit. Und das Ziel dieses Rennens ist es hier, in dieser Grube. Ich glaube genau hier. Und man könnte jetzt den Weg halt vom Wegpunkt fahren, aber es gibt einen besseren Weg. Und zwar hier über die Schienen, dann hier runter und dann hier rüber. Der Weg ist am besten, also nehmt am besten den. Und am besten ist, wenn ihr euch wieder ein schnelles Motorrad nehmt. Dann ja. Und da gibt es aktuell diese Woche Doppelt-RP und Doppelt-GTA-Dollar. Also da kriegt ihr wieder 100.000, wenn ihr das in der angegebenen Zeit schafft. Und ja, ich zeige euch mal, wie man, wo man langfahren muss. Also los geht's. Ich habe jetzt ein Motorrad, was nicht so gut Wheelies machen kann, darum nehme ich mich eher nach vorne. Aber wenn ihr ein Motorrad habt, was Wheelies machen kann, dann solltet ihr ruhig immer ein Wheelie machen. Dann werde ich den nämlich noch schneller aufnehmen. Und dann fahrt ihr am besten halt hier auf dem Ziel. Ihr müsst nur aufpassen, könnte sein, dass ein Zug vorbeikommt, aber in den meisten Fällen nicht. War manchmal cool. Und jetzt könntet ihr geradeaus weiterfahren, also auf dem Ziel. Oder ihr fahrt gleich rechts drüber auf das Flugfeld. Dann seid ihr ein bisschen schneller, wenn ihr euch halt über das Flugfeld und so. Hier müsst ihr halt nur aufpassen, dass ihr nirgendwo gegenfahrt. Aber ja, sonst geht's eigentlich ganz gut. Also das ist ein einfacher Rennen. Das andere wäre echt sehr schwer von mir nicht. Dann fahrt ihr hier halt. Das Besten ist, wenn ihr hier aufpasst, dass ihr echt keinen Fehler macht. Das wäre so, wenn man das ganze Rennen nochmal von vorne macht. Jetzt fahren wir hier rechts rein. Dann müssen wir uns auch so ein bisschen... Ja, dann fahrt ihr hier hoch. Und ja, das war das Rennen. Das ginge. Ich hab jetzt nur 2000 bekommen, weil ich das schon mal gemacht hab. Und ja, Leute. Das geht eigentlich, das Rennen. Also ist nicht so schwer. Ja, das war das Video auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Und ja, dann bin ich erstmal wieder raus. Tschau, Leute.